Bei so einem Wetter wie heute Morgen ist es manchmal nicht so einfach, alle Tiere zu finden, da das sehr neblig ist und wir auf 15 Hektar sozusagen die Flächen, die die Kühe suchen müssen. Aber jetzt haben wir sie hier in der letzten Ecke gefunden und die gehen jetzt so langsam zum Stall. Ja, geschafft. Wir haben sie alle gefunden und jetzt kommen die gerade in den Stall rein. Musik